Ah, hier ist auch noch ein Feuer, Dings. Los, opfert euch für mich. So, wir haben wieder volle Leben. Euer Overlord ist wieder complete. I am complete. So, wie viele Schergen brauchen wir hier, um das Rad zu drehen? Zwölf Stück. Wow, das Toy ist schon offen, aber wie weit müssen die noch drehen? Oh, 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 ist das böser. Oh, da sind sie, da sind sie und ich trinke erst kurz einen Schluck, deswegen stehe ich gerade. Moment. So, was gibt es Schöneres zum Trinken? Au, 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 jetzt habe ich Kopfschmerzen. Komm, redet. Ui, das kann ich dir nicht sagen, Digga. Tjo, Digga. Blaue, schwimmen wie Fischlein. Oh, ein Objekt? Ich mag Objekte. Tja, wo finden wir die blauen? Das kann ich dir nicht mal sagen. Wie weit kommen wir jetzt hier eigentlich dran? Ich bin noch nicht ganz durch. Also die Wurzeln sind noch irgendwo verbunden. Wir gehen erst mal zurück. Wir gucken uns erst mal da hinten an, was die von uns wollten, weil er gesagt hat, blaue Schergen. Vielleicht muss ich jetzt auch durch das Schloss, aber ich weiß nicht, weil das Schloss war hardcore. Ach so, die da drüber, dann... Leute, da ist ein Frosch, oder? Er drängt eure Armee nicht sinnlos, wenn wir nur Schergen hätten, die schwimmen können oder nicht ganz so schnell untergehen. Blaue, schwimmen wie Fischlein. Hm, woher kriege ich diese scheiß blauen? Da sind Fröscher die ganze Zeit. Gut. Eure maximale Hortenpolle sind 20 Leute. Jetzt geht ab. Gut, ich denke mal, dann werden wir zu diesem Schloss zurückkehren. Schloss, Schloss, Schloss. Dann werden wir auch mal zurücklaufen. Und dann geht es mit dem blauen hier weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es dort die blauen gibt. Ach, kommt, Mädels. Bam. Zack, zack, zack. Und bam. Und wo? So, auf geht's erstmal zurück. So. Auf geht's, ab geht's. Was erzählen die hier? Ah, die erzählen gar nichts. Gut, jetzt herrscht es hier voller lauter grüner Krabbelkäfers. Aber ich werde erstmal zum Schloss zurückkehren. Ah, die großen greifen wir an. Die will mir hier keiner bringen. Ach, Mädels. Turm, wir wollen in den Turm. Erstmal gucken, was es da Schönes noch gibt. Oder, ob wir uns was schmieden können. Ich gucke erstmal in der Schmiede, was wir haben. Willkommen, danke. Willkommen! Ja, für dich gibt's Arbeit. Arbeit für dich. Oh yeah. Servus. Na ja, wir haben immer noch einen Schmelzofen. So. Mal gucken, was wir für eine Rüstung rauskriegen. So, mal gucken, was wir rausbekommen haben. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Ihr könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. So. All die Scherden warten darauf, an sich zu starten. Gebieter der Unsichtbaren. Gebieter der Unsichtbaren. Anführer der Feurigen. Anführer der Feurigen. Unser... Sag schon. Ich kann nicht auf den Namen. Unser Turm. Doch, ja, richtig, richtig schick. Also, so schick, schick halt, äh, entwickelt sich langsam. Zum ganz, ganz großen Turm. Ja, 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 ja. So, auf geht's. Wir haben null Schergen. Jawohl, einen Rest mit grünen Schergen auffüllen. Ah, wir können ja 20 nehmen. So, Leute. Oh, ist das fett. So, meine Scherglein. Gleich. Los. Vernichtet diese... Grün wollte ich sagen. Nee, 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 nee. Was ist mit dir hier oben? Habt ihr schon alle getötet, oder wie? Wow. Ah, na, 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 na. Hier ist doch noch eins. Bam. Ha, ha. Braune Schergen. 15 an der Zahl. Uh, was kann's Besseres geben? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und jetzt geht es zu... Ah, es sieht wieder aus. Nee, sah nicht so aus. Also sah nur so aus. Ich weiß nicht so. Es wird, ähm, das Haus wieder aufgebaut. Aber es ist halt nicht so, ne? Wir sind nochmal scharfer. Mööö Mööö Das Haus pannet aber immer wieder Ju Jetzt geht's erstmal zum Schloss Frausingen Was gibt's eigentlich noch so für Missionen? Findet man eine mysteriöse Frau heraus So die zerstört wo ging es noch mal zum schloss hier nicht da drüben ging es zum schloss m m m m m m diese halblinge sind die ärger so jetzt mal gucken was ich mit meinen grünen scherklein gegen die bösen großen viecher da anrichten kann da 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 lol a6 von mir gleich kaltkümmer aus das heftig war immer schön mehr roter vor hoch geht helfe ich lieber mal mit vor wieder tausend von mir killt so wir können jetzt noch rote beschwören ich glaube jetzt wird es eine schwierige war wie kann ich sehen welche stärke ist also kann ich machen wir mal so ok wir können gleich hier rein Schau, 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 Schau. Ah, es sind gleich 5 gestorben von mir Los, sterbt ihr Scheißviecher hier BAM LOL Na, einer schafft es natürlich nicht, gell Los, sterbt ihr Scheißviecher Verdammten Krieger hier Ihr gehört nicht hier ins Schloss Rauschingen Alter, die Grünen sind echt brutal Nein, der Grüne ist auch Mein Lord, kämpft gegen mit euch Ah ja, hier ist ein Speicherpunkt Puh, euer Lord hat das ganz alleine gut hingekriegt, würde ich mal sagen Hier steht noch ein Atefakt Los, holt euch das Atefakt Ihr habt ja nicht weit zu tragen Mehr Leben sieht das aus, oder? Als rotes Mehr konnte ich ja hier nicht auswählen Mal gucken, was es hier noch so gibt Ah, verdammte Axt Wir bringen hier die Feuerschergen, um weiterzukommen Ah, das sieht nicht gut aus Wir haben keine Feuerschergen mehr Seid dann, hier gibt es irgendwo noch ein Gab es aber nur den Grün, oder? Äh, den Braun Den Braun gibt es hier nur Wir haben keinen Roten mehr Verdammte Axt, warum gibt es hier nur die Braun? Ist doch scheiße So, das heißt, wir müssen jetzt wieder da runter gehen Ah, ne, müssen wir doch nicht Ich sehe es gerade Die Roten gibt es hier Jawohl, erstmal alle Roten geholt Los, bin ich das Feuer hier unten Auf geht's ins Verlies von Rauschingen Ich bin mal gespannt, was es uns in diesem Verlies alles so schön ist Beherbergt, wollte ich kurz auch Ich schicke auch noch Fauna